So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Super Mario 3D World. Wir haben jetzt, wenn ich mich recht entsinne, die 100% geschafft. Wir gehen nochmal alles durch. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Skondol! Level 6 und 7 haben wir nicht geschafft. Mit 100% muss ich noch definitiv nachholen. Wie peinlich und so gehe ich in eine Aufnahme. Aber egal, jetzt geht es erstmal hier rum. Die Pixies wollen uns noch was zeigen. Ein bisschen Hammer und Meißel und es gibt eine Rakete. Und spätestens jetzt will ich verzwipen. Und auf geht es. In die unendlichen Weiten. Einer. Neuen Welt offen. Und die neue Welt ist die Welt Stern. Die Sternenwelt. Reise durchs Regenbogenland. An den Start geht. Hallo EG. Ah, also das hier ist die Spezialwelt. Und ihr seht, es ist farbenfroh. Ah, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. So, komm. Spring. Will die mich alle angucken? So, jetzt gucken wir erstmal, was ich hier noch finden kann. Kommt man hier jetzt hoch? Ne, ne? Hier ist auch noch nichts. Da oben ist was. An der Stelle. Ihr seht das da oben vielleicht. Und die rennen jeweils auf den ganzen Farben rum. Okay. Okay, gut. Jetzt können wir hier lang. Schnell. Und durch da. So, halt, stopp. Jetzt will ich hier diese kleinen Dinger noch wegmachen. Danke. Das sind Münzen, die geben Leben. Da müssen wir, glaube ich, hoch. Und ich glaube, hier war es. Jawohl. Oh, göttlich. Oh, shit. Okay, das ist ja... Okay. Das Ganze jetzt für die andere Seite. Ha. Da haben wir den ersten Stern. Hoffe ich. Beziehungsweise, wir haben den ersten Stern. Wow. Wow, 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 wow. Okay, das haben wir geschafft. Hier gibt es einen Checkpoint. Und jetzt müssen wir auf Plessy wieder reiten. Ich liebe es doch. Warum müssen wir diese dicke Kuh Plessy immer nehmen? Einmal hier alles... So. Oh, verdammt. Wir brauchen eine Feuerblume. Das ist natürlich total cool, dass man jetzt hier eine Feuerblume braucht. Und das als Katzen-Mario. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Haben wir hier irgendwas? Da! Feuerblume. Jawohl. Und wir nehmen wieder die Katze mit. Oh, nein. So, hier. Hier machen wir alles leer. Nein, ich habe meine Katze dafür verloren. Oh, verdammt. Oh, das wird eng. Okay, wir kommen jetzt groß in Mario runter. So, jetzt habe ich spätestens ein kleines Problem. Egal, komm. Jetzt fehlt mir nur noch der Stempel. Na, super. Oh, ich habe es geschafft. Okay, okay, okay. Oh, war das knapp. Gibt es hier gar keinen Stempel? Nein. Nein. Aber ich habe keinen Stempel gefunden. Gibt es hier in der Bundeswelt einen Stempel oder nicht? Oder kriegt man den automatisch? Finden wir gleich heraus. Okay, aber das erste Level war jetzt schon mal... Knack... Ach, Mann. Doch, da gibt es einen Stempel. Dann suchen wir den nochmal. Ich habe es fast befürchtet. Können wir noch unsere Bestzeit überbieten? Okay. So, jetzt gucken wir mal, wo den... Oh, da... Da kriegen wir schon mal... So, wo könnte denn jetzt der Stempel sein? Da unten, da unten ist er definitiv. Da ist der Stempel. Habt ihr ihn gesehen? Ich glaube es nicht. Oh, nein. Oh, komm. Oh, komm. Habt ihr nicht gesehen? Ah, ich glaube ich sollte das doch jetzt langsam mal anfangen zu schneiden. Ich meine, das wird ja langweilig für euch ja... Meine ganze Zeit die ganzen Fades zu sehen. Das will ja keiner. Oh, Katze! Oh, Katze! Kitty Cat! Oh, nein! Oh, was für ein Epic Fail. Irgendwo muss der Stempel sein. Pixie, hast du keine? Nein, hat er nicht. Okay. Dann machen wir jetzt mal die andere Variante. Wir versuchen ja alle... Alle Röhren... Oder alle dieser Dinger da zu erwischen. Ach, da ist der Stempel. Okay, wir haben ihn. Okay, das haben wir auch geschafft. Das heißt, es ist nur noch ans Ziel kommen, ordentlich. So, komm, 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 komm. So, Toad, du kennst die ja schon sehr gut. Ahu! So. Ja, Toad kennt sie sehr gut. Aber er kennt auch deren Tücken. Wenn sie runterfliegen, dann... Ja. Komm, Blessie. Das ist echt hier aufgrund der Farben nicht aufgefallen. Ich hab den Stempel echt nicht gesehen. Ah, ich hätte sie ja beinahe fast alle erwischt. Aber egal. Oh, ich geh da mal. Ich bin der Blessie. Ich glaub, Blessie stammt von so einem Opossum oder so ab. Oder von einem Faultier. Oh... Mach ich noch. Egal. Ich will hier durch. Ähm... Er fasst halt diese Leifel und das ist erst das Erste. 500 Versuche später. Jedenfalls gibt es hier erstmal wieder Münzen. Wau, wau, wau. So. 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 Ich könnte doch so... Ich könnte echt... Einfach nur noch... Mund auf und kübeln, kübeln, kübeln. Da wünsche ich mir jetzt gerade echt Peach, Tanooki oder so. Keine Ahnung. Das ist echt deprimierend. Ach, Blessie. Ich nehm dir nur mit wegen dem einen Hit, dass ich da gut durchkomme. Als ich meine ganzen Leben hier verballere, sowas eigentlich jetzt nicht gedacht. Oh, leck mich. So. So. Jawoll. Oh. Oh. What a... Na komm, Toad. Lauf schneller. Nein. Gut. Das muss ich dann nachholen. Ein Level. 14 Minuten. Ist klar. Könnt ihr knicken. Ich mache euch nicht jetzt hier ein Level pro Part. Ihr kriegt einen extra long Part. Mit die Super Galaxy. Habe ich das gerade echt gesagt? Let's go. Oh mein Gott. Oh ja. Geil. Ich liebe es. Ja. Hm. Okay. Das haben wir geschafft. Ja. Ihr seid witzig. Ihr seid richtige Wildsboll, Nintendo. Okay. Checkpoint. 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 Okay. Der hat nichts zu sagen. Ein Pilz. Ein Pilz. Ein Pilz. Komm. Gib Gas. Ah. Nein. Fuck. Nintendo. Ihr seid doch Sadisten. Boah. Nein. 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 Oh. Okay. Das haben wir. Komm. Nein. Nein. Hier ist doch irgendwas, oder? Nein. Hier ist nix. ist da irgendwas dahinter. Nein. 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 Ich hasse es. Ich glaube, hier wird es. Das. Beide alle haben ihre Vorteile. Mann. Leck mich. Nein. Ich will da durch. Nein. 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 Dann kann ich gleich runtergehen. Da haben die mir doch eben mal das Ding da weggeballert. Also, lieber Korti, wenn ich jemals gesagt habe, wenn du diese Folge siehst, du bist ein Bastard. Ganz im Ernst. Nein. Nintendo sind Bastards. Und hier warten wir, hier warten wir, hier warten wir und hier laufen wir. Ah. Oh. I did it. Das war ein guter Run, das war ein guter Run. Nein. Warum machst du das, Peach? Warum? Ach ja, die kann ja nicht stoppen. Ach nein, das habe ich ganz vergessen, die kann ja da nicht stoppen. Oh. Okay, gut, 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 gut. Oh nein, 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 nein. Oh, ich habe es. Lauf, 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 lauf. Okay. Okay, gut, jetzt gucken wir mal. Oh nein. Oh nein. Oh, geschafft. Checkpoint, checkpoint. Ja, 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 ja. Äh, wie soll ich denn das schaffen? Ah, ich weiß wie. Okay. Okay. Nein. Oh nein. Na komm, nein. Oh. Oh. Das gibt's nicht. Oh nein. Oh nein. Wie soll ich denn das machen? Ja, schön, dass wir Münzen sind. So. Den machen wir auch mal platt und den da auch. Ah. Ah. Wie ist das da machbar? Hm. Ist klar, Nintendo. Ist klar. Ja. Was haben wir hier? Alter, ich muss mit einer Katze hier hinkommen. Hier muss es doch irgendwo ein Geheimversteck geben. Boah. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Sekunde. Wir machen das jetzt mal anders. Jetzt geh ich hier mal vorsichtig runter. Na, hier haben wir doch bestimmt irgendwas. Nein, hier haben wir auch nichts. Okay, Gott. Ich versuche das Level jetzt erstmal durchzubekommen. Notfalls muss ich es mit Luigi machen. Oh. Zweiter Stern. Aber klar. Warum auch, Nintendo? nur, ihr seid ja Sadisten. Oh nein, da unten ist der Stern. Boah. Nee, 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 nee. Alter, ich hab's geschafft. Okay. Komm, 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 durch. Jawohl. Oh, Rosalina, hi. Alter. Wieso feiert Rosalina mit mir? Drei Sterne, das passt schon mal. Gut. Du kannst nur noch als Rosalina spielen. Yay. Cool. Cool. Wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage, ich bin euer Traut rein. Tschö, tschö.